Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Heyday. Heute habe ich für euch die Events der nächsten Woche am Start. Und die Events sind leider nicht so gut wie letzte Woche, sondern eher sehr, sehr lahm leider. Aber hoffen wir auf Besserung, nämlich im September knallt es nämlich richtig und da könnt ihr euch schon mal richtig drauf freuen. Jetzt die letzte Augustwoche ist zwar schlecht, aber im September knallt es und da freue ich mich schon richtig drauf. Ich hoffe ihr freut euch auch. Darf natürlich nicht sagen was, aber September wird einfach mega für Heyday. Okay, wir starten. Wie gesagt, vom 28. August bis zum 3. September habe ich die Events. Montag, Glücksrad-Event mit Landerweiterung. Dienstag, Produktionsgebäude-Boost mit drei zu verlegenen Gebäuden. 20% schneller. Dann Mittwoch, Lkw-Event mit Gutscheinen. Donnerstag haben wir Angel-Event mit Gebäude-Boost. Nämlich Hummerpool und Netzmacher 30%. Dann haben wir Freitag bis Sonntag noch ein globales Stadt-Event, wo 90 Millionen erreicht werden müssen. Und zwar ist die Belohnung dann für das globale Ziel 10 Diamanten. Das sind die Events schon, also sehr, sehr wenig und auch sehr, sehr lahm. Das heißt, wir können die Woche nutzen, um unsere Toms abzuschicken, um unsere Scheunen wieder aufzufüllen und allgemein Stuff auf dieser Farm zu machen oder allgemein auf den Farm zu machen. Deswegen nutzt die Zeit, nutzt die Chancen. Die Events braucht man nicht unbedingt ausnutzen, aber generell auch gute Zeit, um seine Farm vorzubereiten auf das, was kommen wird. Ja, kleine Hinweise hier schon mal am Start. Denkt an, den Creator-Code bei mir ist auch schon wieder weg. Ey, guck mal, wie schnell das geht. Einfach immer weg hier. Und ja, genau, danke Ihnen, dass es macht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo, würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.